Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Wir sind in Edgefield Road, Haus Nummer 42. Miau, Kelly heißt der Geist. Wir haben unsere Angestellte Jasmin wieder mitgenommen, auch wenn sie gemeint zu uns ist. Wir können das nicht alleine. Wer findet denn bitte, dass ich gemein bin? Ja, ich bin nur ehrlich. Und du? Bist ganz schön eingebildet. Quatsch. Ich bin Hammer. Jetzt ist es raus. Wir können sagen, wie es ist, es ist raus. Bei 10 Likes sag ich jedes Mal bei dem Spiel, dass du der Oberhammer bist. Toll. Kann ich 10 Likes haben, bitte? Das wäre echt cool, wenn ich 10 Likes kriegen würde. Das würde ich dir so gönnen und vorhalten. Aber er hat nur einen Tee trinken, nicht? Ja. Was seine Fans so machen. Für die Fans. Strom war in der Garage, ne? Da hast du schon einige. Manchen Leuten gefällt der Content. Freut mich auch. Finde ich herrlich. Freut mich wirklich. Find das schön, dass ich Leute hier unterhalten kann. Macht ja auch Spaß, ne? Muss man ja mal sagen. Ja. Hä? Hä? Warst du im Keller? Nee. Äh, aber ich hab die Tür aufgehabt. Ja, aber irgendwo ging ja hier grad eine Tür auf. Ja. Hä? Hier, die. Ey, schon wieder nix. Keine Fingerabdrücke. Schon wieder jetzt keine Fingerabdrücke. Nö, gar hier, gar nix. Ey, das gibt's doch... Ich hab kein... Nö. Macht's voll von den Fingerabdrücken abhängig. ne, keine Fingerabdrücke, kein Geister, hab ich keinen Bock drauf. Ohne Fingerabdrücke gibt's für mich hier keine Spukerei. Nee, weil es schon die ganzen Runden so war. Unten ist die Tür aber auch so ein Spalt offen, falls du hier mal gucken willst. Los, paar Fingerabdrücke. Nix. Aber es ist auch zu warm hier unten. Also ich würde jetzt sagen, hier ist der sowieso nicht, wenn, dann muss der oben im Flur sein. Sehen nix hier. Hä, acht Grad. Echt, ich hab 14. Sieben. Ich hab hier, warte mal, hier hab ich 14, wenn ich hier reinmesse. Hier hab ich elf. Ich hab neun. 13 Grad und zehn. Ist hier ein Ventilator irgendwo an? Bin ich jetzt, ich hab doch eben Ventilator gehört. Wie bitte? Ich hab doch eben gerade so einen Ventilator gehört, oder nicht? War das denn jetzt schon wieder hier? Irgendwas ist runtergefallen, glaub ich. Bei dir? Unten? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mich verhört hab. Gibt's hier überhaupt? Ich bin nicht unten mehr. Haben die in dem Haus überhaupt einen Ventilator? Nein, ich mein, äh, Erdgeschoss. Nee. Äh, ne Voodoo-Puppe hab ich hier. Das ist schön. Und die Wirbelsäule oben. Welches Zimmer bist du? Äh, jetzt bin ich ganz hinten durch Schlafzimmer. Wirbelsäule ist im Flur. Hast du schon alle Türen auf? Ja, und Voodoo-Puppe ist, äh, in dem Kinderzimmer auf dem Bett. Hier gibt's wirklich keinen Ventilator. Ich hätte schwören können, ich hab einen Ventilator gehört. Wer weiß, was du gehört hast? Hey, aber hier ist nix, gar nix. Oh, ey, das ist doch nicht wahr, ey. Wir haben auch keine Temperatur, wo ich sagen würde, ja. Das patzt. Hier kann spuken. Ist recht frisch hier drin. Alter. Ja, 13 Grad ist das kälteste, was ich bisher hatte. 12. 12, 8. Ja, 12 hatte ich aber auch schon. Hallo, wo bist du? Ich bin jetzt unten erdgeschoss. Hier liegt ein Teller. Ähm, Minustemperaturen. Haha. Wo denn? Im Essraum. Speisesaal hier. Äh, Speisesaal. Esszimmer. Speisesaal. Hab ich mir auch schon gedacht gehabt. Hier, komm, komm in den Speisesaal. Irgendwo hatte ich was gehört. Ah, die Tasse, ja. Dann war das, ja hier, Minus. Dann war das die Tasse, die der vorhin geschmissen hat, was ich gehört hatte. Ja. Aber was hab ich gehört? Weiß ich, du. Bei dir, da... Ich höre Stimme in meinem Ohr. Eine Stimme. Ja, das ist, äh, nicht das Spiel. Ja, ne, so krexend und... Mh, komm mal hoch, ey. Nö, nö. Lieber nicht. Gibt's das noch mehr? Das war ich. Was? Ich hab nur die Tür zugemacht. Ach so. Ich hab jetzt noch mal den DOS-Projekt geholt. Und irgendwo ist hier eine Tür aufgegangen. Hier. Keine Fingerabdrücke. Ach so, ja, stimmt. Wir haben ja die großen Türrahmen und deswegen ist das quasi, äh, ja genau, ein Raum, wenn man es so nimmt. Also Aktivitäten hier überall. Aber ich werde trotzdem mal bei... Also Fingerabdrücke sind wieder raus. Weil wir hier, ähm, gefriert Temperaturen haben. Ich lege hier mal das Buch hin und den DOS-Projektor. Und weil hier halt zwei Sachen geflogen sind. Schreib in das Buch. Ich wusch mal die Kamera und mach schon mal ein Foto von der Voodoo-Puppe und der Wirbelsäule. Dann gibst du zumindest dafür schon mal Geld. Na, nee, man, nee. Ist so fahne. Fah weg. In a rich man's world. Schon mal für dich umgeschaltet? Hä, danke. Ja, gerne doch. Ich weiß doch, dass du eine Weile hier bleibst. Eigentlich wollte ich was anderes noch mit reinnehmen, aber gut. Nee, 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 du. Nee, mach mal, mach mal. Nö, werde ich, werde ich, äh, das so weiter handhaben, wie es bisher war. Ich will ja hier nichts verändern, ne? Geh mal, geh mal deinen ursprünglichen Plänen nach. Lass dich nicht von mir beeinflussen, ja? Ja, bin ich jetzt. Ich bin ja jetzt hier wieder vor dem PC. Nee, äh, hol mal Sachen rein, ruhig. So wie ich es die Leute kenne. Ich bin immer nur vor dem Fernseher. Nee, das ist ja zu Hause, aber... Nee. Hä? Gar nicht. Ey, da bin ich nicht nur vor dem Fernseher. Ja, stimmt. Manchmal gehst du noch zum Kühlschrank. Ohaps. Ohaps. Ja, ja. Ohaps. Ja! Ohaps. Ohaps. Am Tisch. Am, am Tisch, am Tisch. Über... Ja, genau, jetzt geht er runter. Schreib ins Buch. Wie hieß der noch mal? Jetzt geht er hoch. Kelly. Kelly Norris. Äh, Kelly. Kelly. Jetzt da. Warte mal, warte mal, warte mal. Kelly, wie bist du gestorben? Wir haben die Geisterbox. Würde sie dir gleich zeigen. Ohaps, Geisterbox und Gefriertemperatur. Wenn wir noch Fingerabdrücke kriegen, ist der Mimic. Hä? Gefrier... Haben wir nicht. Gefrier, Geisterbox... Onryo. Und... Ohaps. Onryo. Ja, aber ich würde... Wegen der Fingerabdrücke würde ich trotzdem noch mal gern gucken. Äh, nicht, dass der... Ich hab... Als er die Tür aufgemacht hat, mehrfach geguckt. Ja, aber, ähm, vielleicht... Spinnt das ja. Du spinnst. Äh, äh, gar nicht. Doch. Ich hab hier, äh, die Hände voll. Was mach ich denn jetzt? Nix. Wie immer. Okay, ich geh wieder rein. Ich bin mutig. War das Licht aus, als ich hier drin war? Äh, so wie es jetzt... Ja. War ich hier im Dunkeln? Ich war doch nicht hier im Dunkeln. So, das war aus. Okay, oh, shit. Ne, wir haben wirklich... Dann muss Onryo sein. Wir haben keine Fingerabdrücke. Also, ich hab auch keine. Ja. Kann ja sein, dass du spinnst mit den Fingerabdrücken, ne? Musst noch mal ein bisschen mehr gucken. Ne, deswegen ja. Willst du jetzt, dass ich sterbe? Ne, guck mal ruhig noch ein bisschen. Kann ja sein, dass es spinnt, ne? Wieso? Es hätte ja sein können, dass das, äh, irgendwie... ... wegen dem Update... Kerze ausblasen. Kerze ausblasen. Ja. Okay, also auf jeden Fall ist Kelly talentiert, ja? Sie hat Klavierstunden genommen. Spielt auch mittelmäßig gut, würde ich jetzt so bewerten. Ähm... Aber selbst dahinter lässt sie keine Fingerabdrücke. Das war ich nicht. Kelly, du spielst gut. Du musst sie aufbauen. Dann zeigt sie sich vielleicht. Was mach ich denn jetzt hier, ey? So kann ich mir die Kerze nicht hinstellen. Mit F, ne? Ah, jetzt. Ja, ja. Du, du zündest gleich den Keller, äh, Teller an. Ey, wie soll jetzt... Oh, das ist aber auch ne Kacke hier. Bis. Ciao. Komm gut nach Hause. Stempelst du für mich mit aus? Überstunden werden nicht... Ich hoffe, wie am besten kann, ich flüchte. Überstunden werden nicht bezahlt und ich will keinen Ärger mit dem Chef kriegen. Kannst du für mich ausstempeln? Okay, danke. Ich denke immer nur an mich, also von daher... Ach Gott, ey, wie lange willst du mir das noch vorhalten? Ne, ich denke auch nur an mich. Das ist ja okay, ne? Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Ja. So ist es. So und nisch anders. Oh, ich bin bei der Decke. Keine Maus runtergerutscht. Kelly, kannst du die Kerze auspusten? Ja, wenn du da stehst, bestimmt nicht, oder? Ja, doch, doch, doch. Ich stehe ja nicht im Weg. Ich geh, komm, ich geh hier in der Ecke. Ja, da, wo ich auch nicht fliehen kann, ne? Schön in der Falle. Ich wollte gerade sagen, da, wo sie dich killen kann. Ja, ja. Was warst du dran? Ich geh hier in die Ecke, ja? Da, wo ich weglaufen kann. Außer, sie kommt von hier. Ich geh hier rüber. Die Kerze ist aus. Aha! Ein Weißfoto. Okay, jetzt brauchen wir noch ein Foto vom Geist, oder? Was haben wir noch für Quest? War das nicht der Onryo? Jagt der nicht, wenn der eine Kerze auspustet? Nein, Kruzif... Verwende... Alter, du willst eine Frage? Ich will sie dir beantworten. I'm so sorry. Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Und dann Sanity-Wert halt. Mal gut, dass ich rausgegangen bin. Das Auslöschen einer Flamme kann ein Onryo zum Angriff veranlassen. Also kann, muss nicht, aber... Und, wenn er bedroht wird, jagt dieser Geist weniger gerne. Schau dir auf die Fresse, Kelly! Mach dich fertig, Alter! Was... was... was willst du noch am PC? Nix! Ich will mir fragen, ich will fragen, ich will fragen. Darf ich nicht gucken? Nein! Gucken! Warum willst du da gucken, also bitte? Mach dich so auf die... Nuss? Ja? Ich zieh dir der Hammelbeine lang! Die Hammelbeine! Die Hammelbeine! Mein Onryo! Noch irgendwelche nutzlosen Informationen, die ich in meinem Kopf abspeichern kann? Meine Augen jucken auch. Jetzt will ich dir... Deine Augen jucken? Du musst dir dran denken, wenn du die Pupille kratzen willst, musst du die Augen schön weit aufmachen, ne? Naja, hab ich. Hast du, hast du. Okay, okay. Aua! Dinger am Auge. Klau nochmal den Autoschlüssel. So, ich hab jetzt zwei Kreuze reingeschmissen. Und was war noch? Sanity unter 25. Oh. Ja, nee, das mach ich nicht. Wieso? Du bist doch schon bei 65. Mach ich erst... Du bist doch... Du bist doch schnell... Ich bleib hier im... sicheren stehen. Nein, da geh ich nur drauf und verliere mein ganzes Geld, ey. Quatsch, wir gehen im Keller und machen beide die Taschenlampe aus. Und ratzfatz haben wir keine Sanity mehr. Ja, wenn wir da im Dunkeln sind. Der Geist kommt ja nicht runter. Ja, mach noch. Hm. Oder wir verstecken uns oben im Schrank und machen alles aus. Oh, ich hab das schon öfter gespielt hier. Ja, aber wir können's schaffen, Jasmin. Also, die Quest ist machbar. Ja, Patrick. Seh zu. Zeig's mir. Du bist ja hier der Hammer, ne? Ja, alleine geht's aber nicht. Du musst ja auch unter 25 kommen. Also, Durchschnittswert 25. Nee, nur einer. Ja, aber Durchschnittswert... Ja, aber der Durchschnittswert. Äh, du? Ja, aber wenn du bei 64% bist und ich hab 0, dann ist der Durchschnitt bei... Ich bin bei was? ... 32,5. Ja? Ja. Ja. Deswegen, aber das bringt nix. Nein. Wir müssen beide weniger Sanity haben. Mhm. Ich will aber kein weniger Sanity haben. Was willst du denn mit einem gesunden Geisteszustand? Ein kaputter Geisteszustand. Das ist geil. Das ist geil schon, dass du kaputt bist. Da siehst du krasse Dinge wie Geister und so. Wow. Wow. Ich kann auch was anderes nehmen. Da seh ich auch einiges, ey. Ich zu Hause gucke sich auch einen Haufen Affen. Ja. Da sagst du nix mehr, ne? Okay. Wow. Das hat meine Gefühle verletzt. Ich gehe. Mach deinen Scheiß doch alleine. Ich werde jetzt bei Kelly wohnen. Nur, dass du's weißt. Okay, tschüss. Tschüss. Und ruf mich nicht an. Nein, hab ich nicht vor. Bei Kelly spukt es. Ich hab mein Handy weggeschmissen. Ich hab Angst. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Bei Kelly hab ich ein bisschen Angst. Ich glaub, da spukt es. Die Lichter haben geflackert und die Tür ging. Aber Kelly ist gar nicht zu Hause. Die ist ganz lieb. Ja, bist du sicher? Die ist von der Kelly Family. Ja. Oh, dann kann die mir vorsingen. Die kann mich in den Schlaf singen. Ja. Ach, voll schön. Das ist toll. We are the world. Ach, nee. Das war's ja geil, oder? Ja, bitte. Das ist doch Kelly Family. Ja, ich hab die geliebt früher. Alle? Ja, die Kelly Family war geil. Oh Gott, ey. Also, ich hab's wie... Achso, die waren doch cool. Ja, ja, cool, aber... Hä? Ich hab alle geliebt, ja. Nur weil du hier nicht der geilste auf der Welt bist. Ich hab alle geliebt, jeden einzelnen. Und die waren geil. Also, bitte. Das ist zu viel Information für mich. Und mein Kleinkopf. Ach, da ist ja nicht viel drin. Entschuldigung, ich hab's vergessen. Oh Gott. So, können wir jetzt fahren, oder? Ja, ich denk, wir machen die Sanity Quest und das Kreuz. Ich mach die Sanity Quest doch nicht. Das ist voll der Kack. Da geht man immer nur drauf. Ja, gut, dann komm ich jetzt raus, dann fahren wir jetzt nach Hause. Das ist mir ja gut. Das machen wir im Feierabend. Das ist ja auch schon dunkel, ne? Ist spät genug. Was machst du? Da warst du pinkeln hinterm Bus? Ja. Ich hab da hingelullert. Hingepolit. Hingelullert. Hingelullert. Ja, ha, ha, ha. Ja, der andere. Ja, wenn's nicht der Mimik ist, ne? Aber es dürfte eigentlich nicht der Mimik sein. Wir haben auch kein Foto von Geist. Wollen wir trotzdem fahren? Ja. Okay. Du bist der Boss, Boss. Ich muss ins Bett. Du Angestellter. Wir sind der... Ach Gott, leck mich, Jasmin. Nein. Jetzt hab ich ein Ohr vor. Das ist doch gut. Deine Nase ist eingerissen. Aua. Der Geist war ein... Oh, Nrio. Wie hat sie gesagt? Ich hab's gewusst. Ach, ich krieg ein Pickel der Nase, glaub ich. Wir haben auch die Kerzenquest erledigt, aber das Kreuz haben wir nicht erledigt. Die durchschnittliche Sanity haben wir nicht erledigt. Ich hab einen Knochenbeweis und Multiplikator und Foto und täglich finde Geist. Ah, ja, schön. So, da haben wir mal wieder ein Fall gelöst. Für das erste Mal seit langem. Ich vergiss, das ging aber ein bisschen flotter. Traurig. Nicht? Ich hoffe, die Runde hat gepeinnt. Wir sehen uns definitiv das nächste Mal wieder. Schaltet wieder ein. Ich würd mich freuen. Bis dahin. Jassi macht's gut. Ciao. Lasst ein Like da, ne? Und ihr könnt auch gerne mal kommentieren. Genau. Zehn Likes, damit Jassi mir immer sagen muss, wie toll ich bin. Ja? Das wär... Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Wär cool. Ich würd mich... Da würd ich mich auch drüber freuen. Alleine ums Jassi vorzuhalten. Echt nicht. Doch, doch, doch. Das machen wir. Meine Crew steht hinter mir. Ihr seid die Besten. Ihr macht das. Ich glaub an euch. Ja, ich weiß, das ist meine. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.